Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dick, hässlich aus 3 vor 2, ich bin mein anderes Lebenstabler, ich bin Schnell Nehmann, hier ist kein Platz für dich, äh, scheiße, ich hab vergessen die Musik anzumachen, na egal, jetzt ist er an, wir spielen mal ein bisschen TDM auf Standoff, äh, mit dabei zwar nicht im Match, aber auf dem TS ist der Tosti, und ja, pack mal die M27 in dieser mega geilen Tarnung aus, von der ich grad weiß gar nicht, was sie hier heißt, Cherry Blassen, genau, jetzt weiß ich sie da, so gehen wir mal auf die, live nuke, ich bin mir sicher, das jetzt nicht schaffte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er liegt auf dem Dach mit nem Crossbow, und hau es kommt sich erstmal weg, jetzt kann ich einfach noch, da ist, einfach mal hingeschossen Jo, ich glaube hier ist ein enemy, weil hier so ein enemy teammate geschossen hat, der hat gerade einen kill gemacht, also ist eigentlich gar nicht mit dem mitlaufen, ne? schlecht. wo ist der andere, wo ist der andere? Ja, M27 gegen Kap 40, schnellste droppende Autowaffe gegen langsamste droppende Autowaffe. Der Unterschied ist minimal. Seitdem die Waffe rückstoß, what the fuck? Ja, das war klar, dass wenn ich aufnehme, spielen sie so mit One-Shot-Waffen. Ich hasse One-Shot-Waffen, die sind unfair. Jo, hier lang. Was habe ich denn zu erzählen nachher? Ich habe heute ein bisschen was von meinem Tag zu erzählen, und zwar hab, ähm, holy shit, und zwar hatte ich, ähm, ja, bis heute auf, also bis heute nach einem Pfingstferien auf, wenn das möglich war, ein, ähm, Praktikumsbericht zu schreiben, weil ich habe ja ein Praktikum gemacht, in den Osterferien, also vor den Osterferien, also bis jetzt, einen Tag nach dem Pfingstferien, den Bericht fertig geschrieben haben. Habe ich dann erste, zweite gleich abgegeben. Ne, hier ist noch keiner mehr. Und, äh, ja, erste, zweite Stunde haben wir auch gleich noch eine Arbeit geschrieben in Gemeinschaftskunde. Während wir die Arbeit geschrieben haben, hat es die Lehrerin wirklich geschafft, den noch für alle zu korrigieren. Ich denke so, what the fuck, Speedhack on und so. Und dann, dann, dann kommt es noch viel dicker, und zwar habe ich in dem Bericht eine Eins gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich meine, gerade in meinem Gemeinschaftskunde, der Bericht ist eigentlich ein Scheiß. Ich könnte jetzt eigentlich ein Bild einblenden lassen von allen, und einmal von allen Seiten. Boah, ne, ich glaube, das ist jetzt unnötig. Wow! Danke für die Shotgun. Ja. Hallo, wir sind jetzt hier. Hallo. Oh, folgt ihr. Sag mal hallo zur Aufnahme. Ah, hallo. Shit. Nein, stop, 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 stop. Oh! Zurück zur Shotgun. Hier kommt gleich einer. Shit. Boah, noch einer. Könnt ihr mal wegbleiben, Mann. Boah, jetzt ist hier die Action wieder weg. 9. Boah. Also, das Match ist ja schon nice, muss ich sagen. 8 und wieder M27. Die geilen jetzt alle hier auf mich. Die wissen, dass ich hier bin. Yep. Shit, 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 shit. Ja, Shotgun. Wer denn jetzt aus der Hüfte? Natürlich war's aus der Hüfte. Wer sind denn jetzt noch hier? Oder ist jetzt jemand auf den anderen TS hier reingekommen? Äh, ne, hier. Achso. Ach ja, moin Tiny. Yo, ich hab gerade Genesis verbal kaputt gemacht. Ich schau dich mir gleich einen auf Ask, oder? Ja, zwei Mika anzufassen. Ah! Boah. Da geht's den nächsten. Der braucht erst mal zwei Stunden, bis er das gecheckt hat. Und weiter geht's. Vielleicht schaffen wir jetzt den V-Set. Ein Team-Mate. Was mach ich denn? Voll die falsche Waffe hier. Halt, jetzt kann ich ja... Achso, jetzt kommen eh keine mehr. Dann hier in der Mitte hinter dem Van ist einer, der jetzt hier lang gelaufen ist. Scheiße. Schaff ich das auf die Range? Ne, schaff ich nicht. Ich denke, voll der Rauch wäre ein Gegner. So ein Team-Mate-Cover mal hier links. Dann lauf ich halt links, wenn du nicht covern kannst. Okay. Oh mein Gott. Wir hatten das Reif-Tray. What? Wow, der Skill pur. 21 zu 6. Wir verlieren gleich. Ich carry ja überhaupt nicht das Match hier. Oh. Soll ich den Auto-Snipe läuten? Habe ich Respekt. Okay, das ist so ein Team-Mate. Hier ist noch einer hinter uns. So, das ist so ein Team-Mate. Nein. Nein, nein, nein. Der kommt hier gleich. Der kommt hier gleich ins Eck. Das weiß ich ganz genau. Ah, ne. Der weiß ja gar nicht. Schiss auf. Schon wieder. Immer die Shotguns. Immer aus der Hüfte. Was ist denn los mit denen? Na, komm her. Komm her. Er will nicht. Hat er ein bisschen Schiss. Dann kommen sie jetzt zu zweit. Und ihr wollt mich wieder mit der Shotgun. War es diesmal geaimt? Und die große Frage lautet. Oh ja. Wird geaimt. Dass das mal möglich ist. Genauso ein Wunder, wie ich eine 1-Fahne hatte. So. Gehen wir mal weiter hier. Ich glaube, Genesis ist sehr klein, wüchsig und schwul. Schon wieder eine Shotgun. Ey, Genesis schiebt sich bestimmt auch diese Shotguns da in den Arsch. Deswegen sind die aus der Schwur. Also die Shotguns. Nein, schon wieder eine Shotgun. Ich nenne die Folge Shotgun-Wahnsinn. Und noch einer mit der Shotgun, aber der hat mich nicht geholt zum Glück. So. Oh nein, wir verlieren gleich. Nein! Was hilft Spray? Was hilft Spray? Uuuuund. Hilft Spray. Wuuuuhu. Der kommt ja gleich ums Eck und holt den mit der Shotgun weg. Der Rhyme war so geil. Nein. Doch. Wow. Oh. Oh, 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 oh. Wow! Final Kill gemacht. 75 zu 74. Ich selbst hat 19.11. GGWP. Also dann. So viel war's dann auch von mir heute. Ja, ich wünsche euch dann allen noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Leben. Viel Glück bei, was auch immer ihr mir macht. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Oh, aimbot lag aim. Ciao. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.